Do you want to know a secret? Da haben wir diesen ganzen Teil hier vorne übersprungen, oh krass, der Teil hier vorne ist echt riesig eigentlich, ich bin überrascht, dass wir das einfach so übersprungen haben. So, ich schreibe wieder auf, ähm, 31, 40, ähm, nach Cole, nach Cole, so, und weiter geht's, ähm, ne, wir haben aber echt viel übersprungen, der Typ ist da ein bisschen verwirrt, so. Ich weiß auf jeden Fall, dass hier oben aber, glaube ich, nichts mehr war, denn wir gehen einmal durch, da hinten ist das Feuer jetzt über mir, da oben über mir, ähm, war da einer Ritter, der komische Ritter, der da angeflogen kam, den hab ich da auch zum ersten Mal entdeckt, ähm, und da waren sonst nur Gegner. Das heißt, das wäre, das würde keinen Sinn ergeben, wenn wir da hingehen würden, wieso war ja jetzt grad so ein Schleier? Okay, na da. Ah, Spinnenweben, okay. Ich dachte grad, was war das, ne Aura? Keine Ahnung. Ähm, genau, so, da hinten waren wir. Da hinten waren wir, genau, oder warte, ich weiß gar nicht, ob wir da hinten waren, denn hier kann man ja eine Tür aufmachen. Und ich weiß auf jeden Fall, hier unten ist noch was. Gehen wir echt mal ein bisschen wieder zurück und clearen einfach mal die vorherigen Gebiete. Aber ansonsten können wir einfach nicht mit der Story weitermachen, denn man braucht vier Bossseelen, vier große Bossseelen. Und wir haben momentan zwei oder drei. Genau, hier war der Riese. Das weiß ich noch, hier war der Riese. Und da müssten wir eigentlich auch Seele eines großen, großen Riesens haben, oder so. Ähm, b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b, b-b. Hä? Nein! Da hat ein Drachenreiter denwache verlorenes Sünder und Seele. What? Da, Seele des letzten Riesens. Ist ja auch, glaub ich, der erste Boss, den wir gemacht haben. Mit Hilfe und alles war relativ nice. So, dann ist dieses Gebiet hier unten eigentlich nichts mehr von uns. Diesen einen Boss wollte ich da eigentlich noch machen, den letzten Riesen. Weil ich wusste jetzt nicht, ob wir den nicht schon gemacht haben. Und das wäre dann nochmal interessant gewesen. Dann ist der einzige Boss, der mir jetzt gerade spontan auch einfällt, ist der da oben. Den wir gerade schon versucht haben. Aber kläglich gescheitert sind. Das werden wir jetzt einfach nochmal probieren. Das würde doch, wir müssen hier rasten. Ansonsten ist da nämlich kein Spawn. So, den da oben machen wir wieder weg. Den da unten genauso. Den da genauso. So, geh mir aus dem Weg. So, und ein Bogen ist schon nützlich, ne? Genau. Hm, hm, hm. Der da oben. Okay, der verkeilt noch ein bisschen. Den da oben. Ups. Und den da. Gut ausgeglichen. Der ist dann auch tot. So. Wir hatten hier aber trotzdem noch einen Boss. Wir sind gerade nach rechts gegangen. Jetzt gehen wir einmal nach links. Also auf jeden Fall, ich habe hier die Items eingesammelt. Das weiß ich noch. Ich glaube aber, ja. Da oben war ich nämlich schon. Genau. Hm, da hinten war ich, glaube ich, auch schon. Genau. Oh, das ist hier eine Abkürzung. Das soll ich demnächst vielleicht nutzen. Denn das wäre vielleicht schlauer. Nebelwand, okay. Will ich jetzt nicht, ehrlich gesagt, hingehen. Das macht gar nicht mal so viel Damage. Jo. Die beiden sind tot. Dann gehen wir weiter hoch. Und wir sind wieder an der Nebelwand. So. Wünscht mir Glück. Denn ansonsten müssen wir es noch mehr machen. So. Erstmal beschießen. Ja, das ist gut. Diese Attacke mag ich sehr. Na, okay. Sehr schön. Müssen wir einfach nur immer weiter nach hinten laufen. Okay. Haben wir getroffen. Nein! Aufgespießt. One-Hit. Verflucht. Okay. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Wir brauchen mal eben die Seelen. Da hinten. Genau. Hier. So. Komm her. Genau. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oh. Der macht gar nichts. Sehr schön. Das ist dann natürlich gut. So. Genau. Die Dreierkombio. Kombio. Kennst du nicht? Die Kombio. So. Und der ist gleich schon tot. Nein. Schon wieder aufgespießt. Verflucht. Sollte ich vielleicht ein bisschen aufpassen. Verflucht. Verflucht. Shit. Alter. Mann. Wieso kann der sowas? Wieso kann der sowas? Mann. Ich dachte, der hätte nur die drei Schläge da drauf. Oh. Gott. Alter Vater. Nochmal. Wir machen das jetzt so lange, bis das klappt. Oh. Wir müssen ein bisschen höher. Denn der hat uns ja ziemlich oft verflucht. Das wäre jetzt natürlich zum Vorteil. Wenn wir jetzt. Äh. Vom Vorteil. Wenn wir jetzt natürlich mehr Leben haben. Oh. Der hat einen ziemlich fetten Bogen. Vielleicht. Kriegen wir ja einen Typen, der uns hilft. Irgendwo her. Ich weiß ja noch nicht wo. Aber vielleicht irgendwo her. So. Wir gehen mal eben da her. Die dürfte eigentlich nicht sein. Doch. Da ist ein... Ding. Jawohl. Ist tot. Ist tot. Ist unser erstes Ding, das tot ist. Ne? 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 Titanit-Scherbe. Wow. Oh mein Gott. Normalerweise droppen die so vier Titanit-Scherben, fünf große Titanit-Scherben und nochmal so sieben Glitzen ist Titanit-Scherben oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall richtig viel. Das war jetzt eher wenig. Aber wenigstens etwas. Das irgendwie auch ist so. So. Komm her. Stirb. Danke. Komm her. Stirb. Danke. Gehen wir da wieder hoch. Gehen hier links wieder lang. Und finden immer noch keinen Typen, der uns hilft. Oder war da gerade was am Boden? Nein. 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 Gar nichts. Okay. Dann lassen wir uns reingehen. Wir haben ja jetzt einen Trick rausgefunden. Einfach immer weiter zurückgehen. Jetzt kommt er angespruntet. Okay. Macht ein bisschen Damage. Immer wieder weiter zurückgehen. Jetzt hatten wir gerade keine Ausdauer. Oh. Das sind fast. Shit. Das fast darf uns natürlich nicht aufhalten. So. Einmal treffen reicht eigentlich schon. Okay. Wir hatten gerade keine Ausdauer. Das war der Fluch wieder. Okay. Oh. Wir haben genau das Schild getroffen. Das macht dann nur 18 Schaden. Shit. Sehr schön. Das ist ja relativ lang gestunt. Also. Bewegungsunfähig. Sagen wir es so. Nicht gestunt. Aber er bewegt sich dann halt nicht. Das ist gar nicht gut. Wir brauchen Ausdauer. Das ist gut, dass der momentan kein Dreier-Kombo macht. Das ist gut. Das ist bestimmt nicht fit. Scheiße. Verflucht. Na, jetzt kann der die Dinger machen, okay. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Komm, jetzt töten wir ihn. Jawohl, sehr gut, nice. Wunderschön, ihr habt gesiegt. 17.000 Seelen, Seele des Verfolgers und Ring der Klingen. Das war noch relativ schwer, ehrlich gesagt. Dafür, dass das Ring der Klingen, dafür, dass das ein Anfangsgebiet war, war das immer noch relativ schwer. Erhöht körperliche Angriffe, okay. Kann man hier vielleicht irgendwas wegnehmen. Schau mal hier, ob das geht. So. Das war echt nicht einfach, muss ich sagen. Jo, wir schauen hier mal eben. Rechts ist nichts, okay. Aber es hat sich echt noch gelohnt, hier zurückzukommen, ne. Da ist ein Nest. Ne, untersuchen möchte ich nicht, weil in Dark Souls 1 war es so. Es gab einmal ein Riesennest. Und wenn man das dann... Okay. Und wenn man das dann untersucht hat, dann hat man sich zusammengekauert und ist zu einem anderen Gebiet geflogen. Dann möchte ich das jetzt auch mal machen, wenn das funktioniert oder so. Genau. Er nimmt mich mit auf... Keine Ahnung was. Ich weiß nicht, wo ich jetzt hinkomme. Schwindende Seele. Achso, hierhin auch... Das Gebiet ist auch nicht gerade mein Lieblingsgebiet. Die verlorene Festung. Majula mal eben. Oh ne, die verlorene Festung, da waren wir doch schon, oder nicht? Das hier ist einfach nur ein anderes Leuchtfeuer, oder nicht? Ich muss das gleich mal eben rausfinden. Wir sprechen blablabla, blablabla. Pair of Gods. Six hour. Stärke wollten wir ja ein bisschen hoch tun. So, 14 reicht. Von den restlichen kaufen wir uns jetzt ein bisschen... Dinger. Ähm, Gegenstand kaufen. Da. So. I'll be around, if you may. So.